Alles gut. Der Uff? Der Uff? Der Uff? Der Uff? Der Uff? Der Uff? Als erstes, ja, ich bin sicher auch, ich bedanke mich bei Stephan Groß aus Weiningen für seine zauberhaften Musikgitarrenspielen. Ja, mein Name ist Ulrich Faesner, der Geschäftsführer der Tourismus. Wir haben damit sozusagen ein Hauswerb heute Abend hier im Haus des Gastes und freue mich, die mittlerweile fünfte Kunstausstellung hier im Haus des Gastes eröffnen zu dürfen. Es sind 21 Künstler, acht davon gar nicht hier aus der Region, sondern aus unserer Partnerstadt, Bad Neustadt. Aber eben auch eine ganze Menge Künstler aus der Region, die heute Abend unten in den nächsten Tagen bis zum 15. hier im Haus des Gastes, diesmal unter dem Thema Begegnung in Form und Farbe ihrer Werke ausstellen. Begegnungen, die voller Magie und Zauber sein können. Auch Worte können voller Gefühle sein, obwohl sie nur als Buchstaben zu sehen sind, als Formen. Formen, die am Ende Worte und Gedanken ergeben und plötzlich verrückende zu fühlen, wie vielleicht unser Herz schneller schlägt, Spannung, Liebe oder Unbehagen sich einmachen. Du hast deine Diamonds und du hast deine Pretty Cloth Und der Schöpfle drives dein Auto Du lässt alle wissen, aber nicht spielen mit mir Cause you blinked the fire Cause you blinked the fire Cause you blinked the fire